Drei wunderschöne K-Hadies bringt uns für die Familie Stella ins Netz. Das ist einmal ganz links der Kai. Der hat in Erwold mit dabei. Ein Fernsehstar aus den 80ern. Eine Fernsehserie, der eigentlich dieser Hubschrauber, der Hauptrolle spielt, die kleine umgebaute Bellen-Futter zu. Dann die Tiger-Mind-Lackierung, die Super-Puma, mit seinem Vater Pflichter Holger. Und der Opa, der Wolf, also der Vater von Holger, ist auch mit dabei, mit einem wunderschönen Juri Bellen UH-1T. Ein-Zie-Fahrwerk auch bei Helikoptern ist Selbstverständlichkeit inzwischen. Ein-Zie-Fahrwerk auch bei Helikoptern ist Selbstverständlichkeit inzwischen. auf der Hölle hat bei seinem Super-Puma Spar Welt jetzt grad wo reingetan. So, ich zeig dir noch mal das Fahrrad. So, langsam zurückkommen, an die Landung denken. Dankeschön an die Familie Stella.